In Berlin begrüße ich den Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke. Wie wichtig war er greichend für Habeck und die energiepolitischen Pläne der Regierung? Er war enorm wichtig, ganz eindeutig sein wichtigster Mann, was die gesamte Heizungsklima, ja dann jetzt ja auch Wärmepumpenthematik anbelangte. Deswegen hat Robert Habeck so entschieden an ihm festgehalten. Und man hat es ja eben gehört. Er sagt selber, es ist mit schweren Konsequenzen für ihn behaftet, dass er ihn jetzt entlassen muss. Das zeigt, wie hart Habeck selbst damit auch getroffen ist. Welche Auswirkungen hat diese Geschichte denn jetzt auf die Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums, zum Beispiel auf das Gebäudeenergiegesetz? Das wird man noch sehen. Es ist ja die ganz große Frage, ob damit der Fallgreichen ausgestanden ist. Also, wenn man ihn als einen größeren Fall versteht, der ja mittlerweile geworden ist, nämlich die Frage, inwieweit das Ministerium als solches unbeeinträchtigt ist, von den, ich nenne es einmal Familienzusammenhängen, die existiert, den engen Verbindungen von Menschen, das muss man sich immer wieder bewusst machen, die über lange Jahre hoch engagiert zusammengearbeitet haben, bei denen dann auch familiäre Beziehungen zustande gekommen sind. Dieser Kasus ist ja noch nicht in Gänze beseitigt. Und ich bin ziemlich sicher, dass die Opposition hier massiv weiterschießen wird, weiter versuchen wird, andere Verbindungen herzustellen. Und das wird natürlich die Unruhe im Ministerium sobald nicht zur Beruhigung kommen lassen. Zumal ja noch ganz unklar ist, wer der Nachfolger von Herr Greichen wird. Auch das eine ganz wichtige Personalie, damit Robert Habeck an den so wichtigen Gesetzen seines Hauses weiterarbeiten kann. Ja, diese Schüsse, von denen Sie gerade sprachen, die sind ja heute schon hörbarer geworden. Die Opposition fordert schon einen Stopp der Reform. Und dann gab es da auch noch einen FDP-Abgeordneten, der einen neuen Zeitplan will. Was erwarten Sie? Ja, ich erwarte zumindest, und das ist der eigentlich springende Punkt, dass das Ministerium noch einmal sehr klar macht, das ist ja auch im Sinne des Ministeriums selber, wie die vielen Fragen, die noch im Raum sind, beantwortet werden können. Das große Malheur, der große Fehler war, dass hier, bevor überhaupt die Koalition jemals klargemacht hätte, dass tatsächlich Klimaschutz, der zukünftige Generationen schützen will und soll, das hat das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich gesagt, dass das immer auch mit gewissen Freiheitseinschränkungen der Gegenwart, der Gegenwärtigen zu tun hat, das ist nie richtig erklärt worden. Habeck hat von daher mit seinem Wärmepumpengesetz das Land in erheblichem Maße geschockt. Und jetzt muss natürlich sozial abgefedert werden. Aber es ist natürlich auch die ganz große Frage, und deswegen sprechen Sie die FDP zu Recht an, die große Frage, ob die FDP endlich ihren Oppositionskurs in der Koalition beendet. Denn das war ja das Kernproblem von Habeck. Er hat es nicht nur mit der Opposition aus CDU, CSU oder einigen besonders schlagkräftigen Teilen der Medien, stark vom Boulevard bestimmt, zu tun, sondern die FDP selber hat auch Opposition gegen Habeck gespielt. Und daneben hat ein Kanzler zu alledem weitgehend geschwiegen. Also von daher ist eines erforderlich, diese Klimakoalition, als die sie angetreten ist, muss jetzt auch wirklich einheitlich als Klimakoalition agieren. Sonst wird Habeck es ganz, ganz schwer fallen, hier noch einmal in die Vorhand zu kommen. Nun gab es heute auch noch andere Reaktionen. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft beklagt, dass die Bundesregierung mit Greichen einen ausgewiesenen, international hoch anerkannten Energiewende-Experten verliere. Wer könnte ihn ersetzen? Ja, das ist die ganz, ganz große Frage. Und vor allem ist natürlich eines auch entscheidend. Es darf jetzt ganz ersichtlich niemand sein, der aus dem engeren Dunst, aus dem Umkreis von Patrick Greichen stammt. Das hat man ja erlebt, wie fatal das ist. Also wenn noch einmal der Eindruck erweckt würde, hier ist gewissermaßen ein Netzwerk wieder gemeinsam tätig der Bekannten, dann wäre das fatal. Auf der anderen Seite muss man eben immer sehen, dass diese hoch engagierten Menschen weitgehend bekannt sind miteinander. Es ist eben doch ein recht kleiner Kreis. Was man jetzt hört, das könnte ja sein, dass der ehemalige Umweltminister des Landes Schleswig-Holstein, Klaus Müller, dass er als Verbraucherschutzexperte, dass er möglicherweise diese Thematik übernimmt, das hört man. Das kann aber noch nicht das letzte Momentum sein. Es wird jetzt natürlich mit aller Energie nach einem Mann gesucht, der sowohl Erfahrung hat in ministerieller Hinsicht, aber auch in der Fachthematik schnell drin ist, damit diese Thematik weiter sachlich bearbeitet werden kann. Denn umso mehr Zeit verloren geht in der Personalfrage, umso schwerer wird es natürlich für Robert Habeck sein, mit seinen Gesetzesplänen wieder nach vorne zu kommen. Sie sagten gerade ehemaliger Umweltminister Schleswig-Holstein. Das klingt jetzt auch nicht so wahnsinnig weit entfernt. Nein, da haben Sie recht. Das war Robert Habeck auch einmal, wenn Sie das meinen. Aber das heißt natürlich nicht, dass zwei Personen, die das gleiche Amt bekleidet haben, nun unbedingt familiär vertraut sind. Zumal man dazu sagen muss, wir haben es ja hier nicht mit dem Umweltministerium zu tun. Aber Sie haben schon recht, das Grundproblem wird sein, nachdem jetzt gerade in einem so großen Zusammenhang der Eindruck einer gewissen, ich will es nicht fettern, Wirtschaft und es wäre ganz infam, wie es zum Teil die CSU tut, von Clanwirtschaft zu sprechen. Das ist ja quasi die Kriminalisierung der Verbindung. Aber es ist zumindest so, es sind sehr enge verwandtschaftliche Verbindungen, auch familiäre. Das darf nicht eintreten und das ist natürlich tatsächlich in dieser Szene nicht so ganz leicht. Die Leute kennen sich, sie sind über Jahre zusammengewachsen, sie haben lange engagiert zusammengearbeitet. Hier muss Robert Habeck also besonders aufpassen, dass ihm nicht das gleiche Malheur wieder passiert, das jetzt gerade aufgeflogen ist. Vielen Dank für diese Einordnungen. Albrecht von Lucke. Ich danke Ihnen.